Hallo, hier ist PodTester mit einem neuen Video und heute wollte ich euch in ziemlich kurzer Zeit nur ganz schnell zeigen, wie man in Gimp Screenshots erstellen kann. Dazu öffnet ihr Gimp. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr auf Datei, Erstellen und Bildschirmfoto. So, dann gehen wir auf, hier kann man ein einzelnes Fenster aufnehmen und den ganzen Bildschirm aufnehmen. Nehmen wir den ganzen Bildschirm auf. Dann aufnehmen und zack, haben wir ein Foto. Das können wir dann entsprechend bearbeiten. Und ja, dann sag ich's.